. Arthus Moskow, wunderschön zum Anschluss. Und plötzlich wackelt Mitte, 10 Minuten vor dem Ende, durcheinander in der Abwehr. Und Arthus Moskow zum Zweiten. Wittenau jetzt im Dauerangriff und die Hausherren werden belohnt. Spiel gedreht, 3 zu 2. Dieser Freistoß setzt den Schlusspunkt. Dennis Steiner mit dem 4 zu 2 in der 90. Minute. Concordia ist jetzt Sechster. Viktoria überwintert auf dem 11. Tabellenplatz. Die Kreisliga-Könige bei Radio Berlin 88 A. Die Kreisliga-Könige bei Radio Berlin 80 A. Gästchen und Pobjet holders. Untertitelung des ZDF, 2020